Zu Beginn hört ihr einen Bein, einen Redebeitrag von Volksentscheid autofreien Berlin. Und genau diese Stärkung eines nachhaltigen Verkehrs wollen wir mit dem Volksentscheid Berlin autofrei voranbringen. Unser Ziel ist es, den Autoverkehr und den motorisierten Individualverkehr innerhalb des Berliner S-Bahn-Rings auf ein Minimum zu reduzieren. Und das heißt, wichtig dabei ist, dabei sollen all diejenigen, die haben ein Auto...